Musik Ich habe einen Schlagzeuger, den Hendrik. Freddy, der Bassist, den sehen wir jetzt aber nicht bei der Filmkarte. Aber eine Sängerin. Hier, schau mal Freddys privaten Gepäck. Ein Ladegerät. Jetzt werden wir gleich in der Steckbohle. Kapastick-Gitarre. Eine E-Gitarre. Musik Kapastick-Gitarre. Das ist fleckig. Musik Hendricks Privat-Gepäck. Ein Keyboard-Koffer. Eine Tasche. Ein Drawboard für den Bass. Ein Satz Bricken. Fahrzeug. Und das Nährbim. Bassständer. Koffer mit einem Lütspuh. Musik Ein Wack. Ein Wack. Guck mal. Ein Wack. Ein Wack. Und ein Wack. Aus. Ein Wack. Ein Wack. Ein Wack. Einsatz neben Koffer. Ein Wack. Ein Wack. Vielen Dank.